so ihr könnt sehen ich habe ein auto mit dem hänger dabei und ich habe da hinten noch ein auto mit dem hänger dabei denn heute sind wir hier an einem container heute zwei kfz und zwar ihr könnt euch erinnern ich habe vor einigen monaten fünf autos in dubai gekauft und zwar drei nissan skyline gtr r32 links lenker ein nissan skyline gtr r34 umgebaut auf links lenker und c63 amg coupé w204 vier sind angekommen ein auto fehlt noch und zwei davon hole ich heute hier ab und jetzt gucken wir mal wie die aussehen und ich hoffe nicht wieder aus dem ich habe schon gesehen ich hoffe mal dass die auch in dem zustand sind wie ich die verladen habe oder habe verladen lassen und nichts kaputt ist und ich kann euch sagen leute hier stehen auf jeden fall einige schätze rum also alles was das herz begehrt man wahnsinn und geben mir richtig kette und an autos haben die die freunde und lambo 2000 lm 2002 oder sowas das ist ein geiles teil hier hier stehen fahrzeuge supergeil denn noch jede menge unfaller und hier viel aus amerika viel aus kanada gucken wir hier haben wie auch brutal jede menge mopeds da hinten geht es weiter als aus den usa alles aus den usa und leute da stehen schon mal zwei von r32 links lenker sehr schön da sind es aber der weiße als links lenker sieht auch soweit gut aus keine schäden nichts dran ich bin immer ein bisschen vorsichtig der ist von innen so musste echt schön gemacht werden technisch und so verbunden ist er wirklich tipptopp da ist das ding wunderbar und dann hier der weiße ich weiß nicht was hier dran hängt irgendwie um sie hier irgendwie am lenkrad oder was gucken wir mal das ist irgendwie keine ahnung warum das hier hängt wahrscheinlich haben sie das lenker schluss benutzt machen wir jetzt mal alles hier raus gleich gucken ob die laufen und die starten und dann geht das weiter also hier schon mal zwei stück von den 32 er 32 umgebaut auf links lenker natürlich originale gtrs nichts gts gtst oder gts oder was auch immer umgebaut auf r auf r nein originale gtrs habe ich schon den nächsten gesehen von uns den zeig ich aber im nächsten video weil ich muss ja noch ein auto abholen noch zwei autos abholen und auf ein auto warten und auf das auto dass ich noch warte ist eigentlich für mich das wichtigste das kommt aber erst nächste woche an naja gut so viel zu dem thema das verladen die autos und dann gehen sie zu uns in die firma und dann müssen wir mal gucken dass wir die technisch und optisch picobello frei auf vordermann bringen ein 32 er würde ich gern behalten ich weiß noch nicht genau aber grundsätzlich habe ich es eigentlich zum verkaufen gekauft und dann würde ich sagen folgt mir franz limo trifft da seht ihr sehr sehr viel von allem was hier so normal youtube nicht sieht zum beispiel smn motorware unser neuer online shop da seht ihr oder da könnt ihr verschiedenste carbon sonnenbrillen kaufen politisierten gläsern schaut mal vorbei so und jetzt meine freunde werden wir die fahrzeuge verladen ich bin mal gespannt ob sie anspringen oder ob sie nicht anspringen das weiß ich nicht da steht zwar das sind aber die autos sind auf jeden fall alle gefahren und guck mal hier alle gefahren vielleicht batterie leer ich habe ein starter pack dabei ich probiere das ganze jetzt mal auch wenn ich habe ich habe ich lecker sperren ja batterie leer Ja, ne? Gehen wir in den Stadterparcours. So, jetzt müsstest du mal kurz mit Anna mal eben festhalten, bitte. Alter. Okay, Lichtmaschinen funktioniert nicht. Warte. So, der läuft. Erste Auto ist verladen. Wir mussten ein klein bisschen mit Hölzern arbeiten und den weißen kriege ich jetzt auf unseren Hänger wahrscheinlich ohne Hölzerchen drauf. Da ist das Ding. Sieht doch schön aus, oder? Würde ich sagen. Würde ich sagen. Kann man nicht anders sagen, ja. Sieht gut aus. Klar, braucht ein bisschen Liebe, aber wartet mal ab, wenn der fertig ist. So, nächster. So, dann gehen wir jetzt mal zum nächsten. Alles klar. Hier Trucker. So, oder sollen wir doch den mit dem Bentley mitnehmen? Kann man den Bentley mitnehmen? Ja. Komm, wir nehmen den mit. Guck mal was damit. Ich mach mal eben Haube auf, ja. Der lief nämlich normal auch wie Zucker. So, haste. So, pass mal auf, warte mal kurz. Haben wir den Versuch zu starten eigentlich? Machen wir den Moment. Klar, der läuft da, Alter. Ah, nee. Tu mal Lager geht dran. Ja, klar, hier erstes Lenkrad aus 92, ne. Aber so. Eine Babywarte, wie ist die von dem Fahrrad? Wahrscheinlich. Hast du? Hast du? Ja. Warte. Ah, fast. Du bist. Gleich ist er da. Oh, läuft nicht so ruhig, aber. Ja, läuft's ja gar ohne. Fühlt ihr mit dem Pott? Nee, der läuft noch drei, vier Zylinder. Ein bisschen Sprit ist noch drin, ne. Ja, gut, okay. Der läuft auf jeden Fall. Guck mal, was wir den verladen kriegen, ne. Schön. Ja, dann verladen wir die Kiste jetzt auch mal. Da hinten steht schon mal der erste. Jetzt verladen wir den mal hier. Ja, Fernbedienung, weil, ich glaub, da ist kein Sprit mehr drin. Vorne ist kein Abschnittparken, also ziehen wir rückwärts. Oder? Das hat jetzt noch ein bisschen Düse läuft. Warte. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 ZDF für funk, 2017